Sag mal, hast du schon den Garten von Germans gesehen? Ah ja, das ist ja preis. Die sind Flamingos im Vorgarten, das würdest du niemals machen. Hallo. Hi. Die ist doch bestimmt Veganerin. Sag mal, die hat doch was machen lassen. Stimmt. Die einzige Baufinanzierung, die unter die Haut geht.